Vielen Dank, dass ihr Astrid-Lulling-TV auf dem Kanal schaut. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astrid-lulling.lu gezin und laustern. An der Woche vom 9. bis 13. Februar gau es eine große Aufregung am Europaparlament zu Bresel weil ein Bankfilial von der ING am Parlament selber zu Bresel überfall gaufe. Anscheinend gaufe 50.000 Euro von dem Reiber am Tisch gestach. Wenn ihr bedenkt, dass das Parlament nicht mehr 40 Millionen Euro für die Sekuritätsmesuren an eisige Bayern zu organisieren, dann muss ihn sich natürlich froh stellen, wie er so etwas meislich ist. Die schulische Person, weil er das nicht einmal gewusst, ob er eine Frau oder ein Mann war, gaufe nicht erwischt. Obwohl die Tieren direkt zugemacht gaufe und kontrolliert gaufe ihn rausgegangen ist, leider hat doch die belge Polis gut nicht kooperiert. Stell dir mal vor, so etwas wird zur Straße, wenn man in Strasburg viel kommt, weil da gibt es doch eine Bankfiliale in der neisige Bayern, da werden die Gäsener von Strasburg und Tomart von Lützeburg auf Barrikade gegangen. Bild-Zeitung und auch die ganze Sensationspresse in England von allem und in anderen Ländern. Die wird sich klein gewischt. Die viscerale Gäsener von Strasburg, wo man zwölf Plenärsitzungen auffallen, wie zum Beispiel die deutsche Koch-Meerin, ein Liberal, die am Parlament noch nicht durch die Räbischdop gefallt hat, aber auch ein anderer deutsche Liberal, Alvaro, der kein Haus liest für gegen Strasburg als Sitz vom Europaparlament regelrecht zu setzen, die nun gegen das Ungeheuerlichkeit zu breisen, das, wie gesagt, am Parlamentsgebäi selber ein Bankfilial über Fallgauf nach Kenntun gesucht. Da das signifikativ. Als Kwestor sind ich mit meinen anderen von den Kollegen auch mit diesem Vierfall befasst, und in der ersten Sitzung sind wir informiert. Mit Gäde Lodrum, die Schülisch zu fanden, an denen vier Gebäude zu breisen, die fünfhunderttausend Meter Kärre groß sind, da sie pro Dach oft über sechs bis achttausend Leute, deputierten, ihre Assistenten, Beamten, an jener Wochendag ein paar tausend Visiteuren. Mit Sekurität, Kontrollen, die sind einfach gut organisiert. Aber wie gesagt, da ja. Leider gibt es auch viel geklaut an diese Büroen, weil man einfach das offenste und zugänglichste Parlament von der Welt sieht, an der doch volle Sinn, vierde Bürger Europa in Not zu bringen. Es gibt auch kein Bereich, an diese fünfhunderttausend Meter Kärre, wo ein Visiteur-Bahn nicht hinkommt. Es gibt auch ganze Kolonne für Bots-Personal, das für Böse kommt. Firmen, die dauernd Tage reparieren, an eine so große Gebäude. Ohne diese Verdächtigen, werden wir aber überlegen müssen, wie man eine eigene Sicherheit an die von unseren Visiteuren besser organisieren. Wenn ich bedenke, dass wir selber, mehr persönlich, bei Kontrollen auf Flughäfen, ein kleines Pärs für die CP-Leeren aufgeholt haben, ein kleines Glas-Höner, für eine kleine Flaschwasser, ein mini Parfum, ein bisschen hoher Lack, ein Dupche Kremel nicht zu schwätzen, dass der lief und Pärs ja alle gut auf den Flughäfen, da muss ich ihn sich natürlich freuen, wie weit die selbes Kontrollmaschinen, wie die auf den Flughäfen, die mir hei am Parlament tun, nicht funktionieren tun. Nach hauziehen ich als Quester von einem Kollegen interpelliert bin, weil er von seinen Visiteuren ihm gewiesen hat, dass er mit einem Messer durch Eiskontrollen kam. Ich werde in den nächsten Wochen, wie ich schon seit bald weniger 20 Jahren, auch nach vielen Visiteuren zu Straßburg, zu Bresel, aber auch zu Lützenburg empfangen. Sie brauchen aber keine Angst zu tun, weil wir werden dafür sorgen, dass wir auch die Probleme an den Griff kriegen. Ich wollte heute mal über so ein Event an dem riesigen Europäischen Parlament informieren, auch für das die, wenn wir an den Zeitungen etwas überlassen, wissen, was wirklich geschieht. Weil über das Europaparlament steht ja oft der größte Quatsch an Zeitungen, und es gibt oft regelrecht Desinformation an der Radio- und an der Televisionen betrieben, von allem von gewissen Ausländischen Journalisten mengen, sie könnten so die Europadeputaten diskriminieren, und an der Opinion publik schlechtreden. Da das gefährlich ist, weil Leute da draußen müssen besonders am Hinblick auf die nächste Europa-Wahl am 7. Juni viel besser informiert gehen über die Bedeutung von der Erbicht am Europäischen Parlament für Lützeburg und für Europa. Am 7. Juni fanden zu Lützeburgern gleichzeitig die Wahl für die Eisschamber und für das Europaparlament statt. Es wäre also besser, wenn wir an anderen Ländern die Wahl getrennt wären. Aber das ist seit 1979 nicht möglich gewesen, weil ihr seit dem Schamber nie frühzeitig abgelehnt habt an der Europawahl nur noch 5 Jahre stattfanden wie auch die Eisschamberwahl. Aber darüber bricht nicht nach einer anderen Sendung. Ich will aber noch informieren, dass ich zu Bresel den 17. Februar ein wichtiges Seminär teilgenommen habe, das vom Europäischen Bauernverband COPA COGECA organisiert war, an dem auch sieben Vertreterinnen von der Bauernzentrale teilgenommen haben. Es ging um die neue Proposition für ein Direktiv über die Gleichbehandlung von Männern an Frauen, die einen selbstständigen Beruf haben an ihre Konjunkturen oder Partner, die einen Familienbetrieb mit schaffen. Es sind die Rapporte über das wichtigste Direktiv, die eine Ko-Decision vom Parlament und vom Ministerrat gestimmt muss gehen. Am Wesentlichen geht es mehr darum, dass bei dieser Reform von einem Direktiv von 1986, die er nicht bräuchte hat, dass das Lohn nicht immer kettgemacht wird, er besonders garantiert wird, dass an der ganzen Europäischen Union alle Fragen an Männer ein eigenes Recht auf soziale Sicherheit kriegen, was sie am Familienbetrieb, besonders am Handwerk, am Kommerz, an die liberalen Berufe, wie zum Beispiel bei der Doktorin, eine Mannschaft zu schaffen. Das ist bei uns zu Lötzeburg für die Landwirtschaft zu fallen. Aber nach langem nicht am Handwerk und am Handel, wo nach ein paar hundert Frauen die 100 Tage stehen oder am Sekretariat von ihrem Mann von Doktormatschaffen, die kein eigenes Recht auf Altersversicherung haben. Sie könnten das kriegen, aber sie müssen da Beiträge wollen bezahlen. Oder vielleicht wissen sie nicht, dass sie sich selber eigenständig versichern können, für besonders am Fall für Schädung nicht ohne Rechte bei Krankheit am Alter zwischenstil zu fallen. Wir müssen noch zu Lötzeburg und mich noch viel besser informieren. Und dafür werde ich in den nächsten Wochen suchen und noch berichten, an wie weit ich mich am Europäische Parlament mit vielen Vorstellungen durchsetzen kann, nämlich die, dass die Dreh selbstständig Recht auf Altersversicherung kriegen soll. Merci, dass ihr mal noch geläustert habt. Bis die nächste Woche.